Hallo miteinander und herzlich Willkommen zu einem letzten Sock. Es geht nicht lang, glauben wir, ich wollte es durchaus zeigen. Und ja, es geht nicht anders mit den Zahlen. Es ist einfach der Emulator. Und ich finde es besser, weil er nicht immer abstürzt. Ja, sorry. Also, es ist eine dunkle und stürmische Nacht in Professor Stinkbaums im Labor, wo eine Maschine gebastelt wird, um die Welt vor... Keine Ahnung, vom Exkremenzen-Wutzen. Schnudderig, was? Was sag ich denn genau? Werden verlusten? Ich habe keine Ahnung, was das alles heisst, Leute. Es ist einfach... Lassen Sie es doch, wenn Sie wollen, sonst scheissegal. Es ist einfach nur grusig. Es ist so schlimm. So, das sind wir. Wir sind natürlich hier Superheld. Wir haben uns auf dem WC umgezogen. Wir sind in den flatulenden Zimpfen. Gut. Hast du schon sein Held? Höde! Er kann... Krülpse. Und Schnudderrühre. Jeder Gegner, wo stirbt, furzt. Oh, es leute, es ist so schlimm. Ich weiss echt nicht... Wieso zeige ich das überhaupt? Ah schau, hier gibt es einen Pickel zum Ausdrucken. Das ist einfach nur übel, das Game. Das ist einfach nur übel. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mal den ersten... ...der erste Level, weil später kannst du auch noch Codern lernen. Das ist genial. Da, schau. Ist noch der Auffülle. Du Gesicht. Da kann man uns runter spülen lassen. A la Mario. Wow wow wow, Pickel. Nein, ich bin nicht das. Ich will weiter. Schaut mal, wie er anmutig kommt. Komm, komm, Gesicht. Es ist so schlimm, dieses Spiel. Es ist so... Schaut, er slidet oben, weil es einfach schleimig ist. Ich bin geschmolzen. Oh, der Codert. Ich bin geschmolzen. Oh je, da bin ich gar nicht hergekommen vor dem Testen. Flatulent Zimpf. Okay, los. Jetzt kann ich einfach durchgehen. Scheiss egal. Ja. Ja, man kann noch lernen, Coder und so. Aber eigentlich... Es reicht auch schon für dieses Spiel. Ich habe es nicht verdient. Ah, schau. Das ist eine Schnecke. Wo hast du die Schneckenhäuser? Müsse kennen. Es ist alles so grün. Ah, da können wir uns... Ah, komm, geh weg, du Gesicht. Und ja, ich bin es nicht richtig am Spielen. Man merkt es vielleicht. Ich will einfach noch etwas rumschauen. Ich will dann vielleicht noch das WC inspizieren, wo ich mich aufspülen lassen kann. Ja, ja, Schneckli. So geht es nicht. Äh, äh. Äh, äh. Ist kein richtiger gewesen. So, da haben wir ein Scheisshäuschen. Das ist ein Checkpoint. Was ist das? Ach, keine Ahnung. Ich muss es weg rübsen. Ja, tatsächlich. Was soll jetzt gehen? Ah, jetzt kann ich Oteran, schau. Ja, da tut die Nase natürlich rein. Das ist so dauerhaft. Das ist so dauerhaft. Was ist das? Nicht. Ja, komm. Leute, ich wünsche euch mehr als es nicht verdient. Peace with the dead. Ah ja, da ist übrigens das Passwort. Menstruationsblut. Menstruationsblut. Tampon. Und Eiterpickel. Merkt es euch, wenn ihr weiter machen wollt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaas. Tschüss. Vielen Dank.